Hello and welcome. Ich habe ein bisschen Mini-Craft gemacht, wie ein langes Servus geht. Willkommen zurück auf dem Channel. Der neue 1.15-Snapshot ist der Wahnsinn. What? Predicates machen wieder genau das, wie die anderen Versionen damals auch schon. Ich werde wieder zum absoluten Kind und versuche irgendwelche Dinge auszuprobieren und momentan mache ich gerade Temperatur und es ist absolut spaßig. Ihr habt da oben so eine kleine Temperaturleiste und die ist momentan gerade bei mir relativ weit unten. Ihr werdet gleich sehen auch warum und ich bin jetzt hier neben einem Feuer und da ist es ein bisschen wärmer, wenn ich das weg mache, bin ich wegen der Lichtsauce hier so ein bisschen wärmer. Also das ist an sich ganz nice. Das Feuer war nochmal eine extra Punkte so. Und wenn ich jetzt aber rausgehen sollte, dann seht ihr, oh, ich werde erfrieren. Es gibt noch keine Effekte für erfrieren oder sowas, das kommt dann noch, aber ich denke mal, das wird sowas sein wie langsamer abbauen und langsamer laufen und das halt immer krasser und dann irgendwann halt Schaden bekommen und dann sterben. Relativ easy. Also dass du dann quasi einfach wirklich erfrierst, immer langsamer wirst und dich eigentlich kaum mehr noch vor dem Fleck bewegen kannst. Also ein Kältetod. Na, wie geht's denn so? Mensch. Okay, das ist sozusagen die Idee. Guck mal, hier seht ihr auch, wenn man hier unter so einer Lampe steht, das kann man voll abusen. Okay, ich muss noch ein paar Sachen wie zum Beispiel Spruce Fences und Laternen nicht als Dächer zählen. Weil momentan seht ihr gerade, es steht hier Inside, weil es gleichzeitig Licht gibt. Und das ist zum Beispiel falsch, das könnte ich nicht machen. Aber ja, das ist sozusagen jetzt momentan so das Ding. Je nachdem, wie dunkel es ist auch zum Beispiel, kriege ich eine andere Temperatur. Da hier eh schon die Standardtemperatur bei 0 ist und es gerade nicht Tag ist, geht es auf minus 30 runter und das ist natürlich absolut deadly. Also das ist unter 0, das ist einfach nur tot. So, ich habe natürlich jetzt noch nicht eingebaut, dass das wirklich bei 0 Grad ist. Also dass wir hier in diesem Biom sind, das muss ich jetzt noch machen, das kommt jetzt im Stream dann. Also ihr könnt dann einfach in den Stream rüberhüpfen und es dann machen und dann mitschauen. Dann wird es richtig geil und Milo und dann wird es vielleicht irgendwann fertig. Der Wahnsinn. Das hier ist sozusagen jetzt einfach eine hartgecodete 0, die ich jetzt reingeschrieben habe. Das ist die Außentemperatur. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal Timeset Day mache, dann werdet ihr sehen, oh, ist auf einmal ziemlich hell. Und dann sind es auf einmal so zwei Punkte mehr, weil wir eben nicht mehr in der Nacht sind. Ach genau, ich glaube, das hier war bei 10. Ich schaue mal ganz kurz nochmal nach. Ja, ne, die Außentemperatur ist bei 0 und dadurch, dass jetzt gerade Tag ist, gibt es 10 Temperatur drauf. Und dadurch, dass es sogar noon ist, also dass die Sonne so weit oben steht, gibt es sogar nochmal 10 drauf. Also wenn die Sonne jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Timeset 0 mache, dann seht ihr, jo, die Sonne ist noch nicht ganz oben, aber es ist trotzdem ein Punkt. Und hier werde ich vielleicht ein bisschen Slowness bekommen, aber also so ein Slownesspunkt oder so. Aber das war es dann auch schon. Also das ist sozusagen das alles an negativen Effekten. Es wird wahrscheinlich noch Slowness extra durch diese Dings geben, durch die Schneeblöcke. Vielleicht brauche ich so einen Slowness-Score, der Sachen zusammen verbindet. I don't even know. Das wird ein bisschen kritisch. Vielleicht gibt es auch Schnee nochmal einen extra Abzug als an Temperaturen, auch irgendwie Schuhe oder sowas. Das weiß ich alles noch nicht. Aber es ist schon ziemlich cool, was man so anstellen kann. Also allein, wenn man hier so runter steht, dann ist es einem ein bisschen wärmer. Das muss natürlich auch noch gefixt werden. Also momentan ist es so, dass du quasi automatisch Punkte bekommst, dadurch, dass du quasi unter einem Roof bist und dann Licht in der Nähe ist. Und das hier ist natürlich kein Roof. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Das muss ich noch fixen. Und dann, ja, das ist sozusagen die Idee. Temperatur in Minecraft. Kommt vorbei. Wenn ihr Vorschläge, Feedback oder weiß ich nicht was habt, oder Kritik, oder ihr sagt, das ist absolut schrecklich, dann lasst gerne in den Kommentaren da. Da gehe ich auch im Livestream gerne drauf ein. Und ansonsten schreibt mir einfach in den Livestream-Chat. Gut, wir sehen uns zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusausen. Und sehen wir uns jetzt gleich live. Oh, es wird absolut spaßig und saßig. Oh, ja.